Office 365 Kompletteinrichtung. In diesem Video zeige ich dir, wie du Office 365 komplett einrichtest. Das heißt, wir richten eine eigene Domain ein, wir richten Postfächer ein, wir richten geteilte Postfächer ein, wir richten Kalender ein, wir richten gemeinsame Kalender ein. Ich zeige euch außerdem, wie ihr eine SharePoint-Seite aufsetzt und dort Berechtigungen für die Dateien hinterlegt. Viel Spaß! Als allererstes benötigen wir eine Domain. Der Einfachheit halber zeige ich euch heute, wie ihr eine Domain bei Ionus, also 1&1, kauft. Normalerweise kaufe ich Domains über einen anderen Hoster, da die dann zu meinem gemeinsamen Paket hinzugefügt werden. Der Einfachheit halber und wie ihr es vermutlich selbst zu Hause macht, zeige ich euch heute, wie ihr das bei Ionus durchführt. Also gehen wir auf ionus.de. Wir gehen hier oben auf Domain und dann auf Domain kaufen. Ich möchte heute die Domain itech.pg.de kaufen. itech.pg.de Wir klicken auf prüfen und sehen sofort, prima, ihre Wunschdomain ist verfügbar. Ich klicke auf auswählen. Hier kann man noch weitere Pakete hinzubuchen. Wir lassen alles, wie es ist. Scrollen nach unten und gehen auf weiter. Ich möchte nur die Domain haben. Ich brauche kein Webhosting-Paket oder eine Webseite oder E-Mails. Das Ganze läuft nämlich am Schluss über Office 365. Also nur mit der Domain weiter. Wir klicken auf weiter. Da wir neu bei Ionus sind, müssen wir uns jetzt registrieren. Ich fülle das Ganze einmal aus. Nachdem ich nun alle Daten eingegeben habe, d.h. meine Adresse und meine Bezahlmethode, muss ich das Ganze nochmal bestätigen und klicke nun auf jetzt kaufen. So, im nächsten Schritt müssen wir auf unserem myionus-Portal klicken, d.h. mein.ionus.de. Nun brauchen wir unsere Kundennummer. Die haben wir nun per E-Mail bekommen. In der E-Mail steht die Kundennummer oben rechts und wir melden uns mit unserem erstellten Passwort ein. So sieht nun das Ionus Kundenportal aus. Diesen Hinweis können wir schließen. Wir müssen nun auf den Punkt Domain verwalten. Und hier gehen wir auf den Punkt DNS. In der Übersicht wird nun mitgeteilt, dass wir aktuell kein Zertifikat installiert haben. Das können wir hier unten über SSL-Verschlüsselung aktivieren, freischalten. Das Einfachste wäre das SSL-Starter-Wildcard-Zertifikat. Wir klicken auf jetzt aktivieren. Bei dem Punkt Verwendungszweck lassen wir alles beim Standard. Die Nutzungsbedingungen haben wir gelesen und akzeptiert. Falls hier ein Fehler kommt, dass man den Name-Server ändern muss, einfach zwei, drei Minuten warten, dann sollte das funktionieren. Wir klicken also auf SSL-Zertifikat einrichten. Vorgang erfolgreich abgeschlossen. Wir klicken auf OK. Nun gehen wir hier oben über das Menü wieder zurück auf den Punkt Domain und SSL. Wir klicken nun auf den Punkt itpg.de. Hier steht nun immer noch dran, dass kein SSL-Zertifikat gefunden wurde. Das sollte aber mit der Zeit von alleine weggehen. Wir klicken nun auf den Punkt DNS. An diesem Punkt müssen wir später unsere DNS-Einstellungen eintragen, die wir von Office 365, also von Microsoft, bekommen. Richten wir nun also unser Microsoft-Konto ein. Wir gehen in einen neuen Browser-Tab und geben Microsoft.com ein. An diesem Punkt klicken wir hier oben auf kleine Unternehmen. Wir klicken dann hier unten auf Microsoft 365 und möchten nun hier eine Lizenz auswählen. Die Microsoft Basic-Lizenz beinhaltet Cloud-Dienste wie Teams, OneDrive, SharePoint, Exchange und Apps für das Web und für Mobilgeräte. Das heißt, hier könnt ihr in Excel arbeiten, in Word und Outlook usw. aber das Ganze nur in Web-Anwendungen. Das heißt, wir möchten heute das Microsoft 365 Business Standard kaufen. Falls ihr euch für eine andere Lizenz entscheidet, ist das weitere Vorgehen jedoch gleich. Wir klicken also auf einen Monat kostenlos testen. Nun müssen wir eine E-Mail-Adresse angeben. Mit dieser E-Mail-Adresse wird nun geprüft, ob schon ein Konto existiert. Gebe ich nun also eine E-Mail-Adresse ein, welche schon mit Microsoft verknüpft ist, kommt folgende Meldung. Man könnte sich nun mit dem Konto anmelden oder stattdessen ein neues Konto erstellen. Ich möchte ein neues erstellen. Geben wir dem Ganzen einen Namen. Die Position könnt ihr euch selbst raussuchen. Einen Telefonnummer und einen Firmennamen. Unternehmensgröße. Wir klicken auf Weiter. Das Ganze muss man nun via Zwei-Faktor-Authentifizierung bestätigen. Wir geben also hier eine Handynummer ein. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist nun abgeschlossen. Nun müssen wir das erste Administrator-Konto erstellen. Da habe ich immer das gleiche Vorgehen. Das Administrator-Konto bekommt bei mir admin, add und dann unseren Domain-Namen .onmicrosoft.com. Wir lassen das Ganze bei itpg, denn so soll das auch später heißen. Wir klicken hier auf Speichern. Es wird nun nochmal geprüft, ob das alles auch verfügbar ist. Wir klicken auf Weiter. Nun muss man auswählen, wie viele Lizenzen man denn am Anfang haben möchte. In unserem Fall wählen wir drei Stück aus, da wir hierfür ein gutes Test-Szenario einrichten können. Wir klicken auf Update und sehen auch nur den Preis. Das ist 11,70 Euro pro Lizenz, also 35,10 Euro. Nun benötigen wir noch eine Zahlungsmethode. In diesem Fall geht nur Kreditkarte. Man kann das später umändern, aber bei der Ersteinrichtung wird eine Kreditkarte benötigt. So, alles bereit? Los geht's. Wir landen nun im Microsoft Admin Center und könnten nun hier unten über den Punkt Weiter neue Benutzer anlegen. Das machen wir nun nicht, da wie wir sehen, haben wir noch die falsche Domäne hier hinten hinterlegt. Wir klicken also auf den Punkt Überspringen, klicken auf Fertig. Der nächste Schritt ist nun, dass wir die zuvor erworbene Domäne mit unserem Microsoft 365 Konto verbinden. Dafür gehen wir hier drüben auf die drei Punkte Alles anzeigen, dann auf den Punkt Einstellungen und den Punkt Domänen. Wie wir sehen, haben wir unsere Standard-Domäne von Microsoft aktuell hinterlegt, welche auch fehlerfrei ist. Das heißt, wir könnten nun viele Nutzer einrichten, die dann Nutzer-Ad und dann diese Domänen heißen. Wir möchten aber unsere eigene Domäne hinterlegen. Klicken wir also auf den Punkt Domäne hinzufügen. Als erstes müssen wir den Domäennamen eingeben von der Domäne, welche wir vorher gekauft haben, also itech.pg.de. Diese Domäne verwenden. Bei Ionus ist es so, dass Microsoft automatisch erkennt, dass die Domäne bei Ionus liegt. Man könnte hier nun dieses automatische Einrichten auswählen, was wir jedoch nicht möchten. Denn manchmal wird das nicht erkannt und somit kann ich euch nun zeigen, wie es geht, wenn Microsoft nicht erkennt, bei welchem Host die Domäne liegt. Wir klicken also auf weitere Optionen und wir möchten einen Texteintrag zu den DNS-Einträgen hinzufügen. Wir klicken auf Weiter. Wir müssen nun einen Texteintrag mit diesem Wert und diesem TTL anlegen. Wir kopieren uns direkt den Wert, gehen zurück zur Ionus-Webseite unter dem Punkt DNS und machen nun Record hinzufügen. Wir klicken auf Texteintrag. Hostname können wir freilassen. Wert kopieren wir den rein, welchen wir in der Zwischenablage haben und TTL passt auch. Eine Stunde sind 3600 Sekunden. Wir klicken auf Speichern. Wir gehen zurück zu Microsoft und klicken nun auf Überprüfen. Perfekt, das hat schon mal geklappt. Nun weiß Microsoft, dass wir der Besitzer der Domain sind. Auch nun könnte Microsoft weitere DNS-Einträge automatisch bei Ionus hinzufügen, aber wir möchten das nun wieder manuell machen. Wir klicken also auf weitere Optionen und wir möchten, fügen Sie Ihre eigenen DNS-Einträge hinzu. Wir klicken auf Weiter. Nun gilt es drei Einträge zu setzen. Einen MX-Eintrag, einen CNAME-Eintrag und nochmals einen Texteintrag. Fangen wir ganz oben an. MX-Eintrag mit diesem Wert. Wir kopieren uns wieder den Wert, gehen zurück in die DNS-Einstellungen, Record hinzufügen, wählen den Punkt MX und hier diesen Wert rein, welchen wir in der Zwischenablage kopiert haben. Nun brauchen wir noch eine Priorität. Gehen wir noch mal zurück zu Microsoft. Priorität von 0 wird hier vorgegeben. Also zurück zur Priorität und geben hier 0 ein. TTL passt auch wieder, denn wir benötigen wieder eine Stunde. Super. Wir klicken auf Speichern. Wenn wir das das erste Mal machen bei Ionus und die Domäne ganz frisch ist, kommt nun der Hinweis, dass der Service deaktiviert wird. Das heißt, dadurch, dass wir nun den MX-Eintrag von Microsoft in dieser Domäne setzen, wird der Mail-Dienst von Ionus selbst deaktiviert und dementsprechend auch die dazugehörigen DNS-Einträge deaktiviert bzw. gelöscht. Das passt. Wir klicken auf Speichern. Gehen wir zurück zu Microsoft. Nun benötigen wir noch den CNAME-Datensatz. Hier ist es wichtig, bei den MX und bei den Texteinträgen muss man keinen Hostname setzen. Hier steht nur ein Add drin. Bei dem CNAME-Datensatz muss man jedoch den Hostname Autodiscover setzen. Also klicken wir hier auf Kopieren, gehen zurück zur Domain, Record hinzufügen, klicken auf CNAME und tragen bei Hostname unsere Zwischenablage ein. Nun brauchen wir noch das Zeigen auf. Wir kopieren wieder diesen Wert, gehen zurück auf die Domain und speichern das Ganze. Die Stunde von TTL passt auch wieder. Als letztes brauchen wir nur noch einen Texteintrag. Auch hier brauchen wir keinen Hostname, sondern nur einen Wert. Wir kopieren diesen, gehen zurück auf die Domain, klicken auf Record hinzufügen. Hier ist es nun so, das Ganze soll ein SPF-Eintrag werden. Das sieht man, wenn man hier hinten reinschaut. Das Ganze soll V ist gleich SPF und so weiter heißen. Das ist ein Sicherheits- und Spamwert für die späteren E-Mails. Gehen wir also zurück auf IONOS und wählen hier nun SPF-Text aus. Hostname lassen wir frei und bei Wert geben wir wieder unsere Zwischenablage ein. Wir klicken auf Speichern. Nun haben wir die drei Werte gesetzt. Wir haben unseren MX-Wert gesetzt. Wir haben unseren CNAME gesetzt und wir haben unseren Text mit SPF gesetzt. Gehen wir zurück zu Microsoft und klicken unten auf Weiter. Nun wird das Ganze geprüft. Perfekt. Alle Werte sind hinterlegt, alle Werte konnten geprüft werden. Wenn ihr nicht gerade IONOS nutzt, sondern einen anderen Host, kann das durchaus mehrere Stunden dauern, bis die Werte übertragen wurden. Probiert es einfach an einem späteren Zeitpunkt nochmal. Wir klicken nun auf Fertig. Wie wir sehen, haben wir nun zwei Domains hinterlegt. Die Standard-Domain von Microsoft und unsere eigene itech-pg.de. Gehen wir nun zu den Benutzern. Wir klicken auf Benutzer, aktive Benutzer. Ich möchte nun noch zwei Benutzer hinzufügen. Den Geschäftsführer, den nennen wir Peter Barth von der Firma itech-pg. Bei Benutzername schreibe ich normalerweise immer Vorname.nachname. Peter.barth. Hier hinten kann man nun auswählen, welche Domain genutzt werden soll. Man könnte die Standard-Domain nehmen oder die, die wir gerade angelegt haben. Wichtig ist, alles was hier steht, ist später die E-Mail-Adresse und der Anmeldename des Benutzers. Das Kennwort möchten wir nicht automatisch festlegen, sondern selbst ändern. Hier kann man nun anklicken, dass der Benutzer automatisch bei der ersten Eingabe des Kennworts das Kennwort ändern soll. Wir lassen es beim Standard und klicken auf Weiter. Wir geben diesem Nutzer eine Lizenz und zwar die Microsoft 365 Standard und klicken auf Weiter. Weiter. Und hinzufügen, fertigstellen. Dann möchte ich noch einen weiteren Nutzer hinzufügen. Den nennen wir die Heike Hohl. Auch die Heike bekommt eine Microsoft 365 Business Standard Lizenz. Wir klicken auf Weiter, Weiter und hinzufügen, fertigstellen. Wir klicken auf Schließen. Wir aktualisieren die Seite einmal und sehen nun, wir haben mich als Hauptadministrator, wir haben den Peter Barth und die Heike Hohl. Als nächstes möchte ich nun noch ein geteiltes Postfach anlegen. Gehen wir also auf den Punkt Teams und Gruppen und gehen hier auf den Punkt freigegebene Postfächer. Freigegebene Postfächer kann man zweierlei einrichten. Einmal, dass man die Postfächer bestehenden Nutzern zuweist und sobald diese sich in Outlook anmelden, werden die Postfächer automatisch mit verbunden. Das Problem hierbei ist, das sind dann keine vollwertigen Postfächer, das heißt man könnte da zum Beispiel keine Signatur hinzufügen, die automatisch immer angefügt wird. Man kann aber freigegebene Postfächer auch als richtige Postfächer anlegen, welche keine Lizenz benötigen. Diese muss man dann aber händisch bei dem Nutzer hinzufügen, wenn dieser sich in Outlook anmeldet. Wir machen heute beides. Zuerst legen wir das freigegebene Postfach, Info-Postfach an. Das soll die Info-At-ITPG sein. Wir klicken auf Änderungen speichern. Nun kann man dem Postfach noch Mitglieder hinzufügen. Das Info-Postfach soll die Heike bekommen und der Peter bekommen. Wir klicken auf Add. Wenn man sich nun hier verschrieben hat, kann man einfach auf den Namen klicken und rechts auf grundlegende Informationen bearbeiten. Man sieht nun rechts Heike Hohl und Peter Barth sind Mitglied des freigegebenen Postfaches. Diese können lesen und verwalten und senden als Berechtigung. Wenn man nun aber wirklich aus diesem Postfach aus versenden möchte, muss man diesen zwei auch noch diese senden im Auftragberechtigung geben. Nun haben wir ein freigegebenes Postfach erstellt. Ich möchte nun aber auch noch ein Postfach haben, welches nur die Heike bekommt. Klicken wir also nochmal auf freigegebenes Postfach hinzufügen. Das nennen wir Rechnung-Postfach. Das soll Rechnung-Ad sein und wir klicken auf Änderungen speichern. Hier ist nun der Unterschied, das freigegebene Postfach Rechnung-Ad wird nicht einem Nutzer hinzugefügt. Wir klicken auf Schließen. Dass wir später das freigegebenen Postfach Rechnung-Ad aber bei einem Nutzer hinzufügen können, also das manuelle hinzufügen, benötigen wir Zugangsdaten. Gehen wir also zurück auf den Punkt Benutzer, auf aktive Benutzer, wählen unser Rechnungspostfach aus und wählen hier Kennwort zurücksetzen. Wir haken alles ab und vergeben wieder ein Kennwort. Kennwort zurücksetzen. Super und schließen. Nun haben wir zwei Nutzer und zwei freigegebene Postfächer. Falls ihr im Laufe des Betriebes merkt, dass euch Lizenzen fehlen, könnt ihr ganz einfach unter dem Punkt Marketplace und dann unter dem Punkt Alle Produkte noch weitere Lizenzen kaufen. Jetzt haben wir die Nutzer erstellt. Schauen wir uns an, wie wir diese in Outlook einbinden. Schauen wir uns an, wie das aussehen würde, wenn der Peter Barth heute an sein PC kommen würde und sich Outlook ganz frisch installieren möchte. Wie geht dieser vor? Als allererstes sollte Peter auf portal.office.com gehen. Dort kann sich Peter anmelden. Peter.barth.itech.pg.de. Wir klicken auf Weiter. Wir müssen das Kennwort eingeben und auf Anmelden. Ja, ich möchte angemeldet bleiben. Und nun ist Peter in seinem eigenen persönlichen Office Center. Auf der linken Seite sieht man, hätte man alle Apps, die man nun im Browser nutzen kann. Wie zum Beispiel Word. Man könnte hier direkt ein neues Dokument anfangen. Excel, Outlook oder PowerPoint. Wie bekommt Peter nun aber die Apps auf seinen PC? Das geht ganz einfach. Hier rechts gibt es einen Knopf Installieren und mehr. Wir klicken einmal drauf und dann Microsoft 365 Apps installieren. An diesem Punkt kann man hier nun unter Office installieren, die Apps herunterladen. Nun müssen wir die Setup-Datei irgendwo speichern. Unter Downloads speichern. Diese wird nun heruntergeladen und man könnte diese nun ausführen. Bald man diese Setup-Datei ausführt, werden alle Office-Programme installiert. Also Excel, PowerPoint, Outlook und Word. Auch Microsoft Teams wird installiert. Da ich das alles schon habe, wie man hier unten sieht, überspringe ich diesen Schritt. Wenn Peter zum ersten Mal sein Outlook startet, wird auch nach Outlook-Konten gesucht. Bei der erstmaligen Anmeldung von Outlook kann es sein, dass Outlook erstmal nach Konten sucht, welche auf dem PC installiert sind. Wir möchten nun aber Peter Barth zum ersten Mal einrichten. Geben wir also seine E-Mail-Adresse ein. Peter.barth.itechpg.de. Wir klicken also auf Verbinden. Nun kommt auch hier die Microsoft-Anmeldemaske. Der Anmeldenamen steht schon drin. Wir klicken auf Weiter. Falls hier nun genau diese Fehlermeldung kommt, ITPG ist nicht in unserem System enthalten, muss man eine Weile warten. Das heißt nämlich, dass Microsoft die Domain noch nicht richtig hinterlegt hat und die Verbindung von eurem lokalen PC zu der Microsoft Cloud nicht hergestellt werden kann. Wartet einfach ein paar Stunden und probiert es dann noch einmal. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich aber auch schon über die Outlook-App im Web arbeiten. Klicken wir einmal drauf. Wie wir sehen, sind wir in der App und könnten hier schon neue E-Mails schreiben und empfangen. Nachdem wir nun ein paar Minuten gewartet haben, erkennt Microsoft die Domain auch an. Wir geben nun also unser Passwort noch ein und klicken auf Anmelden. Hier unten klicken wir auf OK. Wir klicken auf Weiter. Nun muss man einstellen, welche Art von Exchange-Modus wir verwenden möchten. Ich würde euch empfehlen, den Exchange-Cache-Modus zu nutzen und in diesem Fall alle E-Mails down zu loaden. Wir klicken auf Weiter. Ich möchte Outlook nicht mobil einrichten und klicke nun auf Vorgang abgeschlossen. Nun haben wir unser Outlook eingerichtet und das Postfach ist verbunden. Wir sehen auch schon, wir haben hier unten unser Info-Postfach auch schon verbunden bekommen. Das war dieses, welches wir uns als Mitglied hinzugefügt haben. Nun ein paar kleine Grundeinstellungen noch. Wir klicken einmal auf Datei, auf Optionen, auf den Punkt E-Mail und hier auf den Punkt Signatur. Hier kann man nun Signaturen einrichten. Ich möchte also eine neue Signatur erstellen, iTechPG. Die Signatur soll heißen mit freundlichen Grüßen, iTechPG. Wir klicken auf Speichern. Die Signatur soll immer bei neuen Nachrichten, aber auch beim Antworten senden und weiterleiten. Wir klicken auf OK, OK und fertig. Wenn wir nun eine neue E-Mail schreiben würden, wäre die Signatur eingefügt. Viele fragen sich am Anfang immer, ich sehe hier nur an und cc, aber wo ist das von? Das von kann man sich anzeigen lassen, indem man auf Optionen klickt, hier hinten auf die drei Punkte und dann noch von. Wie man sieht, hat man hier nun die E-Mail Peter Barth. Peter Barth hat diese Signatur hinterlegt. Wenn ich nun aber von meinem Infopostfach senden möchten würde, müsste ich auf von klicken, weitere E-Mail hinzufügen und klicke nun hier auf info at iTechPG.de und dann auf OK. Nun kann ich von info at iTechPG.de senden. Hier hätte ich nun aber die gleiche Signatur. Ich habe vorhin erzählt, dass man das aber auch anders lösen kann. Wir schließen das Ganze wieder. Und nun fügen wir das zweite freigegebene Postfach hinzu, nämlich Rechnungen. Bei Rechnungen können wir eine eigene Signatur hinterlegen, da es nicht als freigegebenes Postfach als Mitglied hinzugefügt wurde, sondern wir richten das als eigenes Postfach ein. Dazu klicken wir auf Datei, Konto hinzufügen. Wir geben ein Rechnung at iTechPG.de. Wir klicken auf verbinden. Die Microsoft Abfrage kommt wieder. Wir geben unser Passwort ein und klicken auf Anmelden. Wir klicken auf Weiter und Vorgang abgeschlossen. Nun müssen wir Outlook einmal neu starten. Nun haben wir auch das Rechnung at Postfach. Wie wir sehen, ist das Rechnung at Postfach nur noch auf Englisch. Die anderen beide sind auf Deutsch. Wenn euer persönliches Postfach, also dieses hier oben auf Englisch angezeigt wird, ist es das einfachste. Ihr loggt euch einmal in der Outlook Web App ein. Dort wird es automatisch auf Deutsch eingestellt und dann hier runter synchronisiert. Bei den freigegebenen Postfächern geht das leider nicht so einfach. Wie ihr bei einem freigegebenen Postfach die Sprache ändert, zeige ich euch sofort. Bevor wir uns jedoch an die PowerShell wagen, zeige ich euch noch, wie ihr euren eigenen Kalender für andere Personen im Unternehmen freigebt. Gehen wir also auf den Punkt Kalender. Wir sehen hier nun ein paar Kalender. Das ist einmal der Peter-Bart-Kalender. Das ist mein eigener. Dann sehen wir den Kalender vom Info-Postfach. Wir sehen Geburtstage und Feiertage. Um nun bei meinem eigenen Kalender die Freigabeberechtigung zu ändern, klicke ich Rechtsklick und gehe auf Freigabeberechtigungen. Aktuell ist es so, dass alle Personen in meiner Organisation anzeigen können, wann ich beschäftigt bin. Sie sehen keine Details, keine Titelorte oder können etwas bearbeiten. Das würde ich als grundlegenden Standard lassen. Wenn ich nun aber möchte, dass die Heike Hohl zum Beispiel bei mir den Titel und den Ort anzeigen kann, wo ich aktuell bin oder wo ich Termine habe, klicke ich auf Hinzufügen, wähle die Heike Hohl aus, einmal Doppelklick, dass sie hier unten auftaucht, klicke auf OK und kann nun für Heike Hohl eine eigene Berechtigung einrichten. Ich möchte hier zum Beispiel, kann alle Details anzeigen. Wir klicken auf Übernehmen und auf OK. Wie ist es aber nun, wenn wir in unserem Unternehmen einen gemeinsamen Kalender nutzen möchten, auf dem manche Mitarbeiter Zugriff haben. Das heißt, sie können sehen, was darin steht, aber nichts bearbeiten dürfen und andere Mitarbeiter können diesen Kalender verwalten. Das Ganze geht über freigegebene Postfächer am einfachsten. Gehen wir also zurück in unser Admin Center. Hier sind wir in unserer Microsoft 365 Oberfläche. Ich bin als Administrator angemeldet und gehe zurück auf das Admin Center. Im Admin Center gehe ich nun wieder auf Teams und Gruppen. Freigegebene Postfächer. Nun machen wir ein neues freigegebenes Postfach, nennen das Ganze Allgemeiner Kalender. Allgemeiner minus Kalender at itpg.de und Änderungen speichern. Wir klicken auf Schließen. Ich würde nun diesen Kalender auch in mein Postfach bekommen, wenn ich, wie man hier unten schon sieht, mir das Postfach hinzufügen würde als Mitglied. Ich möchte aber nicht, dass hier unendlich viele Postfächer sind für jeden Kalender, den ich habe. Deswegen müssen wir auch hier über die PowerShell gehen. Öffnen wir also PowerShell. Der Einfachheit halber öffne ich die ISI. Denn hier kann ich mir hier oben die Befehle zurechtschreiben und sie dann unten eingeben. Im ersten Schritt müssen wir uns mit unserem Exchange Server verbinden. Der einfachste Befehl hierzu ist Folge da. Connect Exchange Online und so weiter. Hier hinten geben wir nun die Administrations-E-Mail-Adresse unseres Office 365 Kontos ein. Ich kopiere mir den Befehl. Ich könnte nur noch Ausführen drücken, aber ich mache das jetzt Schritt für Schritt. Befehl hier unten einfügen und Enter. Nun muss ich mich einmal bei Microsoft anmelden wieder. Nun bin ich mit Exchange verbunden. Falls hier eine Fehlermeldung kommt, kann es sein, dass ihr noch das Modul installieren müsst. Das wird aber in der Fehlermeldung beschrieben. Wenn ich nun mit der Exchange Konsole verbunden bin, möchte ich zuallererst, wie vorhin erwähnt, die Sprache meines freigegebenen Postfaches ändern. Das geht ganz einfach mit diesem Befehl. Alle Befehle, die wir heute nutzen, seht ihr unten in der Videobeschreibung. Bei diesem Befehl muss ich nun nur die E-Mail-Adresse unseres freigegebenen Postfaches hier eintragen. Wir kopieren den Befehl wieder und fügen ihn einmal unten ein. Das war es auch schon. Normalerweise sollte jetzt die Sprache schon geändert sein. Wir gehen zurück auf E-Mail und sehen, das Info-Postfach ist nun auch auf Deutsch eingestellt. Nun schauen wir uns an, wie wir den freigegebenen Kalender, also dieses Postfaches des Allgemeinkalenders hinzufügen können. Mit folgendem Befehl kann ich sehen, wie die Permissions, also die Berechtigungen aktuell auf meinem Kalender aussehen. Geben wir also wieder den Namen des Kalenders ein. Das war Allgemein. Wichtig ist natürlich, dass man auch den richtigen Kalender einträgt. Meiner heißt nämlich Allgemeiner Kalender. Kopieren wir den Befehl einmal und fügen ihn unten ein. Einfügen, Enter. Wie wir sehen, es gibt zwei Berechtigungen und zwar einmal für den User Standard, der nur sieht, ob man frei ist oder nicht. Und der Anonymous hat keine Berechtigungen. Nun möchte ich, dass Peter Barth Termine eintragen darf, aber Heike Hohl diese nur sehen kann. Um nun Berechtigungen zu setzen, benötigt es zwei Befehle. Zum einen gibt es den Befehl Add Mailbox Folder Permission und Set Mailbox Folder Permission. Der Unterschied ist folgende. Mit Add Mailbox Folder Permission kann ich Berechtigungen setzen, wenn noch keine vorhanden sind. Das heißt, ich möchte nun für den Kalender des Allgemeinen Postfaches und dem Nutzer Peter Barth das Recht Owner vergeben. Wenn ich den Set Befehl nutzen würde, geben wir den einmal ein, kommt der Fehler, dass aktuell noch keine Berechtigung vorhanden ist. Das ist korrekt. Wir müssen ja erst mal eine Termine setzen. Also, Add Mailbox Folder Permission, rein kopieren, super. Kalender, Peter Barth ist nun der Owner. Nun möchten wir noch die Heike Hohl als Reviewer hinterlegen. Das heißt, die Heike kann einfach nur sehen, welche Termine eingetragen sind. Somit ändern wir nur hier hinten den Punkt ab und zwar heike.hol at itechpg.de und wir machen die Access Rights auf Reviewer. Es gibt noch viele andere Berechtigungen, die man hier setzen kann. Einen Link, welche mögliche Berechtigungen es gibt, setze ich unten in die Videobeschreibung. Wie kann ich nun aber diesen Kalender bearbeiten und hinzufügen? Gehen wir zurück ins Outlook. Wir gehen auf den Punkt Kalender. Wenn ihr die Berechtigungen gesetzt habt, während Outlook offen war, kann es sein, dass ihr einmal Outlook neu starten müsst. Wir klicken auf die drei Punkte, hinzufügen, aus Adressbuch und wählen hier Allgemeiner Kalender aus und dann auf OK. Wie man sieht, ist nun der Allgemeine Kalender hier aufgetaucht mit der Farbe Grün. Manchmal kann es sein, dass man Outlook nochmal neu starten muss, bis die Berechtigungen richtig gesetzt sind. Nach einem Neustart gehen wir auf den Allgemeinen Kalender und können nun mit Rechtsklick einen neuen Termin setzen. Setzen wir einen Termin für den 1. Mai. Neuer Termin. Wir nennen das Ganze Wanderung. Speichern und schließen. Der Termin ist gesetzt. 8 Uhr Wanderung. Nun gehen wir auf die Heike Hohl und schauen, ob wir den Termin, den wir hier gesetzt haben, auch sehen bzw. bearbeiten können. Normalerweise müssten wir diesen nicht bearbeiten dürfen. Nun sind wir auf dem Heike Hohlkonto. Auch hier sehen wir sofort, dass wir eine Kalenderfreigabe bekommen haben. Das war der eigenständige Kalender von Peter Barth, bei dem wir die Berechtigung für die Heike hinzugefügt haben. Gehen wir aber nun auf den Punkt Kalender. Wir klicken auf Hinzufügen, Aus Adressbuch hinzufügen und wählen nun auch den Allgemeinen Kalender aus. Wie wir sehen, ist der Kalendereintrag hier. Heike hat jedoch nur die Reviewer-Rechte. Sie sieht zwar, was hier los ist, aber sie kann hier nichts bearbeiten oder keinen Termin erstellen. Falls bei euch unter meine Kalender noch ein Kalender mit englischer Schreibweise angezeigt wird, solltet ihr nochmals in die Outlook-Web-App gehen und dort eure Sprache überprüfen. Eventuell ist es schon hilfreich, einmal auf Englisch zu stellen und wieder auf Deutsch zu stellen. Dann sollte sich diese doppelte Element entfernen lassen. Nun haben wir Kalender eingerichtet, wir haben freigegebene Postfächer eingerichtet und wir haben eine Domain verknüpft. Nun zeige ich euch noch, wie ihr eure SharePoint-Seite rundlegend einrichtet, Dokumente anlegt, Ordnerstrukturen anlegt und diese mit verschiedenen Berechtigungen verseht. Starten wir also mit dem SharePoint. Um auf die SharePoint-Konfigurationsseite zu kommen, logge ich mich wieder mit meinem Admin-User in das Admin-Portal ein. Hier sieht man nun, dass eine Aktion erforderlich ist. Dies ist der Hinweis, dass die Multi-Faktor-Authentifizierung über den Microsoft Authenticator eingerichtet werden muss. Man hat hier 14 Tage Zeit und man kann das Ganze mit später Fragen überspringen. Man kann das Ganze auch in den Admin- und Exchange- bzw. Entra-Einstellungen ausschalten, das zeige ich euch später. Wir klicken also auf später Fragen. Wenn man mit einem Nutzer eingeloggt ist, der eine Microsoft-Lizenz hat, in meinem Fall ist es die Microsoft 365 Business Standard, sieht man hier links die Apps, die man nutzen kann, neben dem Admin-Center, aber auch oben unter den Punkten kann man auf die Apps zugreifen. Wir gehen also nun auf den Punkt SharePoint. Wir möchten nun eine neue Webseite erstellen. Webseiten sind SharePoint-Seiten. Wir klicken also auf Webseite erstellen. Es gibt grundlegend zwei unterschiedliche Arten von Webseiten. Es gibt Team-Webseiten und Kommunikations-Webseiten. Im Grunde ist die Team-Webseite an eine Microsoft 365 Gruppe geknüpft, welches die Kommunikations-Webseite nicht ist. Und der grundlegende Hintergedanke ist, mit Team-Webseiten arbeiten alle Mitglieder des Teams auf dieser Webseite. Das heißt, jeder kann den Inhalt verändern. Bei Kommunikations-Webseiten ist das wiederum so, dass es einzelne Personen gibt, die diese Seite betreuen und andere, die einfach nur die Inhalte lesen können. Wir erstellen nun aber eine Team-Webseite. Wir nehmen ein Standard-Team. Es würde vorgefertigte Vorlagen geben. Wir bleiben beim Standard, denn heute geht es um die Dokumentenverwaltung. Wir klicken auf Vorlage wählen und geben dem Ganzen die Name ITech-PG-YouTube. Man kann hierfür eine Gruppen-E-Mail-Adresse anlegen. Lassen wir beim Standard und auch den Namen und auch den URL-Namen kann man hier hinten nochmals ändern. Das da vorne bleibt statisch. Wir lassen auch dieses beim Standard. Wir klicken auf Weiter. Bei den Privatsphäre-Einstellungen kann man nun wählen, privat oder öffentlich. Öffentlich heißt, jeder in der Organisation hat sofort Zugriff drauf. Privat heißt, nur Mitglieder haben Zugriff drauf, die wir auch als Mitglieder definiert haben. Wir lassen es bei Privat und klicken auf Seite erstellen. Wir fügen nun ein paar Mitglieder hinzu. Das ist einmal der Peter und die Heike. Beide sind Mitglieder. Wir könnten nun den Status auch zum Besitzer ändern. Mitglieder reicht jedoch vollkommen. Wir klicken auf Fertigstellen. Die Team-Webseite ist nun erstellt. Man hat hier links ein kleines Menü und sieht hier drin schon ein paar vorgefertigte Inhalte. Wie man SharePoint-Webseiten an sich gestaltet und einrichtet, würde das Video jetzt übersteigen. Deswegen zeige ich euch nun einfach, wie man die Dokumentenstruktur freigibt und sich auf dem PC damit verbindet. Wir klicken also auf Dokumente. Und sehen nun, es sind keine Ordner da. Ich erstelle drei Ordner. Das ist der Ordner Geschäftsführung. Das ist der Ordner Scanner. Und das ist der Ordner Buchhaltung. Nun haben wir drei Ordner und alle Mitglieder in der Gruppe, das sieht man hier rechts oben, die Mitglieder. Hier könnte man auch weiter hinzufügen, haben nun Zugriff auf diese drei Ordner. Ich möchte aber, dass alle zwar Zugriff auf Scanner haben, aber nur der Peter Zugriff auf Geschäftsführung hat und nur die Heike Zugriff auf Buchhaltung hat. Somit müssen wir den Ordner Buchhaltung klicken. Wir klicken hier auf die drei Punkte. Wir klicken auf Zugriff verwalten und klicken nun hier oben nochmals auf die drei Punkte auf Erweiterte Einstellungen. Nun öffnet sich ein neues Fenster, welches noch wie die alte Office 365 bzw. Office-Anwendungen an sich aussieht. Im allerersten Punkt müssen wir die Berechtigungsvererbung beenden. Dafür klicken wir einmal hier drauf und dann bestätigen wir das Ganze. Das heißt, nun ist die Vererbung der Berechtigungen deaktiviert. Nun sieht man die aktuellen Berechtigungen. Die Besitzer haben den Vollzugriff, die Besucher können lesen und die Mitglieder können bearbeiten. Ich möchte nun diese zwei Berechtigungen löschen. Der Besitzer des Ordners soll immer den Vollzugriff haben. Diese Berechtigung sollte man auch nicht löschen, denn da kann es sein, dass man keinen Zugriff mehr auf den Ordner bekommt. Nun möchte ich eine Berechtigung erteilen. Wir sind aktuell in dem Ordner Buchhaltung und hier soll nur die Heike Hohl Zugriff drauf haben. Also wähle ich hier die Heike Hohl aus. Alle in diesem Ordner freigegebenen Elemente. Bei einem Punkt optional anzeigen kann man noch einstellen, dass eine E-Mail-Benachrichtigung gesendet wird. Das können wir jedoch ausschalten. Die Berechtigungsstufe lassen wir auf Bearbeiten und klicken auf Freigeben. Nun aktualisieren wir die Seite einmal und sehen nun, die Heike Hohl hat die Berechtigung Bearbeiten und der Besitzer hat immer noch die Berechtigung Vollzugriff. Das Ganze können wir nun schließen. Wir schließen auch das und bearbeiten nun noch die Geschäftsführung. Wir klicken auf die drei Punkte, Zugriff verwalten, wieder auf die drei Punkte, weitere Einstellungen und lösen zuerst die Berechtigungsvererbung. Im nächsten Schritt löschen wir wieder die Mitglieder und die Besucher. Und fügen den Peter hinzu. Auch hier möchte ich bei optional anzeigen, wieder die E-Mail-Benachrichtigung deaktivieren und den Status der Berechtigung bzw. die Stufe auf Bearbeiten setzen. Wir klicken auf Freigeben. Den Scannerordner können wir so lassen, denn dort sollen alle Mitglieder Zugriff haben. Wenn man wenige Mitglieder bzw. wenige Mitarbeiter hat, kann man das so machen, wie wir es gerade erstellt haben. Wenn man nun aber einen großen Pool hat oder verschiedene Abteilungen, gibt es einen weiteren Weg. Diesen zeige ich euch nun. Wir gehen zurück auf die Startseite. Wir gehen in unser Admincenter, öffnen alle Anzeigen, gehen hier auch wieder auf alle Admincenters und gehen dann in das Microsoft Entra-Menü rein. Im Entra-Menü gehen wir nun auf Gruppen, auf alle Gruppen und erstellen hier eine neue Gruppe. Das Ganze soll vom Typ Sicherheitsgruppe sein. Wir nennen das Ganze spo-gf für Geschäftsführung. Eine Beschreibung. Wir erstellen diese Gruppe. Und dann erstellen wir noch eine Gruppe. Die nennen wir spo-bu für Buchhaltung. Dies ist die Sicherheitsgruppe für BU. Und auch hier klicken wir auf Erstellen. Wir aktualisieren die Seite wieder. Nun haben wir zwei Sicherheitsgruppen erstellt. spo-bu und spo-gf. Nun könnte man für jede Gruppe, wie man hier sehen würde, wir klicken auf die Gruppe drauf und wir können hier links im Menü Mitglieder hinzufügen. Das wäre in dem Fall wichtig, wenn man zum Beispiel fünf verschiedene Geschäftsführer hat. Die fügt man alle in dieser Gruppe hinzu und kann dann in unserem SharePoint wieder auf den Ordner klicken. Drei Punkte. Zugriff verwalten. Weitere Optionen. Erweiterte Einstellungen. Berechtigung erteilen. Und hier können wir auch die Gruppe hinzufügen. gf. Das ist in dem Fall sinnvoll. Wenn man zum Beispiel Leute hat, die das Unternehmen verlassen, muss man nicht an der Berechtigung der Ordner rumspielen, sondern man geht einfach ins Entra rein und löscht diese Nutzer aus unserer spo-Gruppe. Gerade bei verschiedenen Abteilungen oder einer größeren Ordnerstruktur ist das auf jeden Fall sinnvoller, als immer die Berechtigungen am Ordner selbst zu ändern. Wir haben also nun unsere drei Ordner hinzugefügt. Nun möchte ich das Ganze aber auch auf meinem PC synchronisiert haben. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann eine Verknüpfung zu OneDrive hinzufügen. Das heißt, immer wenn ich mich mit OneDrive irgendwo anmelde, habe ich in meinem OneDrive eine Verknüpfung zu meiner SharePoint-Bibliothek. Ich empfehle jedoch die Synchronisation zu nutzen. Das ist immer speziell auf das Gerät angewendet. Voraussetzung hierfür ist, dass ich an diesem Gerät, wo ich diese Bibliothek synchronisieren möchte, mit meinem OneDrive verknüpft bin. Klicken wir nun also mal auf Synchronisieren. Microsoft möchte nun OneDrive öffnen. Wir drücken auf OneDrive öffnen. Und man sieht nun schon, die Admin-E-Mail-Adresse ist hinterlegt. Da der Admin jedoch der Besitzer ist, brechen wir das Ganze ab und loggen uns nun mal mit dem Peter Barth wieder im SharePoint ein. Wenn ich mich das erste Mal als neuer User im SharePoint anmelde, sehe ich keine Webseiten, auch wenn ich hierfür hinzugefügt wurde. Das Einfachste ist, man geht in sein E-Mail-Account und sieht dort, dass man einer SharePoint-Webseite hinzugefügt wurde. Gehen wir also auf die Seite, gehen auf Outlook-for-Web und bekommen hier die E-Mail, you have joined the iTech-PG YouTube Group. Das ist wie vorhin schon erwähnt, auch hier unten sieht man es nochmal, die Gruppe, welcher zu einer Team-Webseite gehört. Klicken wir also auf View Group in Outlook. Ein neues Fenster öffnet sich. Nun sind wir in der Gruppe drin. Wir können hier nochmal den Posteingang klicken und können nun Add to the Team-Site klicken. Nun sind wir auf unserer Team-Webseite. Unter Dokumente sehen wir nun die Dokumente. Wie man hier schon sieht, haben wir nur Geschäftsführer und Scanner, da Buchhaltung nur für die Heike freigegeben wurde. Klicken wir nun also auf Synchronisieren. Microsoft OneDrive öffnen. Nun müssen wir uns an OneDrive anmelden. Den Speicherort lassen wir so wie er ist. Wir klicken auf Weiter. Man könnte diesen natürlich auch hier ändern. Macht normalerweise auch Sinn, denn diese SharePoint-Bibliotheken haben zum Teil sehr große Dateien und ich möchte diese nicht auf meinem Standard-Laufwerk haben. Wir klicken trotzdem auf Weiter. Dieser Fehler ist ganz normal, denn ich möchte nicht meine Dokumente, Bilder und Desktop mit diesem OneDrive synchronisieren, da ich ja schon ein OneDrive verknüpft habe, wie man hier unten sieht, mein persönliches. Wir klicken also auf Weiter. 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 Und nun könnte ich meinen OneDrive öffnen. Ich klicke jedoch hier oben auf Schließen. Gehen wir nun in unseren Explorer und sehen nun hier links im Menü einmal den SharePoint meines eigenen Unternehmens und diesen, welchen wir gerade erstellt haben. Wir klicken einmal drauf. ITech YouTube Dokumente. Das ist genau dieser Ordner. Einmal Doppelklick. Und hier sind auch diese zwei Ordner, welche wir im SharePoint haben. Machen wir einen kleinen Test. Wir gehen in die Geschäftsführung rein. Ein neues Textdokument. Test. Wir bestätigen das Ganze. Status ist nun synchronisiert. Wir gehen wieder in den SharePoint an sich. Geschäftsführung. Und sehen, unser Dokument wurde hochgeladen. Nun zeige ich euch noch zum Abschluss, wie ihr die Multifaktor-Authentifizierung für euer Unternehmen erstmal deaktiviert. Das ist jedoch etwas, was ich niemals machen würde, denn gerade E-Mails sind ein sehr sensibles Thema und somit bekommt ihr nicht mit, wenn sich irgendjemand Zugriff zu eurem Postfach oder zu eurem generellen Microsoft 365-Konto verschaffen möchte. Gehen wir dafür zurück in das Entra Admin Center. Das ist das hier, wo wir unsere Gruppe erstellt haben. Ich zeige nochmal den Weg dorthin. Im Hauptmenü über Admin. Alles anzeigen. Alle Admin Center. Auf den Punkt Microsoft Entra. Peter Barth. Und links gehen wir auf die Übersicht. Auf die Eigenschaften. Und dann hier unten bei dem Sicherheitsstandard kann man die Sicherheitsstandards verwalten. Wir machen die Sicherheitsstandard auf deaktiviert. Hier wird nochmals mitgeteilt, dass 99,9% der Kontokompromittierungen durch MFA verhindert werden kann. Wir klicken Sonstiges, geben ein Testzwecke und speichern das Ganze. Nochmals bestätigen. In meinem Fall sagt er nun, ich habe nicht die richtigen Berechtigungen, um diesen Vorgang abzuschließen. Das ist korrekt, denn ich bin ja nur mit Peter Barth eingeloggt und nicht mit meinem Admin-Account. So richtet man Office 365 komplett ein. Wir haben eine Domäne verknüpft. Wir haben Lizenzen gekauft. Wir haben freigegebene Postfächer und freigegebene Kalender eingerichtet. Und zum Schluss auch noch eine Sharepoint-Webseite erstellt und mit dem PC synchronisiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch damit etwas helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer über ein Abo und ein Like. Ich freue mich.